Yo Leute, ich bin's wieder deflacad und gründer und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Synchro-Aufnahme! Juhu! Miau! Ich bin Cornelius hier im Vordergrund mit Duel-Soth! Hey Alter, seit wann spielst du mit... Moment, ich muss gerade Cornelius' Gilden-Card hier liegen! Nein, ich bin's nicht! Doch, doch, ich will's nämlich sehen hier! Alter, du bist halt einfach so ein dreckiger Nerd! Hä, wir nehmen doch keinen so miserablen Duel-Sword-Spieler mit nur 139, was bist du denn für eine Lusche? Schäme dich! Alter, gebt euch mal bitte diese Auszeichnung! Ey, das ist so ekelhaft, du bist halt einfach so ein dreckiger Affe! Ich kann doch zum Vergleich Dave's Gildenkarte zeigen! Oh! Hier herrscht ja gähnende Leere auf der Auszeichnung! Alter, für die Erfüllung einer Dorf und Hafen ist das Zeichen eines beispiellosen Jägers! Unser altes Logo! Er kann doch grillen! Wappen des Meistes! Er kann doch grillen! Alter, du hast schon so ne Krone! Mh, hab ich gestern die letzte bekommen, die letzte Silber bekommen! Ey, du bist einfach so ein ekelhafter! Schmuckschild! Alter Falter! Alte Juden, äh, Jungendmaske! Für den Verb aller Maskotels! Diese hier trug Chachas Kind! Lakaibla! Alter, du bist halt einfach so ein Bongo und hast alle Quests im Spiel gemacht! Du verrückter! Ey, du bist halt einfach so ein Arsch doch! Bist du überhaupt schon hergegangen? 50? Oh nein! Weißt du, es geht jetzt schon wieder seit 10 Minuten und wir machen den Quest nicht! Ja, du bist schuld! Ne, Moment! Ich muss ja gerade noch sortieren, weil ich weiß nämlich nie, ob es Tag oder Nacht sein wird! Deswegen hab ich beides dabei! Äh, es ist Nacht! Pssst! Für alles gewappnet! Oh Gott, oh Gott! Always the best! Always best! Hunting Feelings! Only on MHVs! Achso, der seid fertig! Genau, so come to the Japanese side! Immer! Join the Japanese side! Aber dieser Monster Hunter Online Trailer geht echt übel ab bei mir! Ja, ihr habt's schon gesehen, ey! Ja, nur weil du dich so kackend reißt, auf einmal FT gleich wieder als official Video verlinkt, das ist dein News... NEIN! New Thrill! In ein Geheimgebiet gestartet und runtergesprungen! Hehehehe! Oh, bei mir ist St. Barrett! St. Barrett! St. Barrett ist... Blocken! Jetzt seht ihr gleich Bro-Gameplay vom Feinsten mit Lads! Ne Tür! Hey there, Jaya Plus! Bye-bye, Jaya Plus! Oh, du du! Ich geh grad voll ab gegen den! Nur kein einziges Mal gehittet worden jetzt! Hehehehe! Ich hatte keine Ausdauer mehr! Ich hab gerade so ein Argusauge auf die Lebensanzeige von dir gewonnen! Hehehe! Z. Barrett! Und auf einmal was sie nicht folgen! Schweig! Hehehe! Hehehe! Das ist meine heiligen Daifler Kapte Kölzen zu ver-unknipfen! Musik! Ich kenne nur die Wahrheit! Was ist Wahrheit, was ist Realität? Realität Realität Er ist der Fall Ich hab den Partner nochmal angeschaut, ich musste da lachen Du darfst mich hinter dir Ich hab ihn schon vorgeladen Aber ich bin dann jetzt irgendwie nicht dazu gekommen Ja du musst du euch das Ende nochmal geben Weil es lustig ist, weil du es halt echt nicht checkst Irgendwie Oh fool Soll ich einen Live-Powder nehmen? Soll ich einen Live-Powder nehmen? Der Affen Bitte Alter ich wurde Ah Dave Farki is back Dave Farki is Nein So ein Wirbelstürmchen hat mich an Eingezwiebeln Dave Farki funktioniert nur bei Festgegenständen Wie er vielleicht gerade bemerkt Ah Jesus Wie ich halt gerade voll genutzt werde Ja wahrscheinlich weil du einfach so ein begnadeter Du willst so als Spieler bin Ja ich glaube auch das war die falsche Wahl vor allem dann gegen Diablos Hm Schon sehr lustig Ausgezeigt Wunderbar Aber dieser österreichische Rapper den ich dir verlinkt habe ist schon übel nice Der ist einfach so derbs bin Einfach so übel nice ich hab die ganze letzte Nacht irgendwie damit verbracht seine Videos anzusehen Hehehe Das Album direkt im kubischen Zimmer aufgenommen Das ist einfach so derbs schlecht irgendwie Vor allem ist es dann wirklich einfach so derbs manig Da ist ja wirklich nichts gutes dran Vor allem und ich glaube das Schlimme ist er hält sie auch für so richtig episch und übel badass Ne ich glaube nicht dass das ernst gemeint Doch ich glaube schon Weißt du schon Also äh Auf Twitter Ein Klassenkamerad von jemandem den ich auf Twitter folge Also eine sehr zuverlässige Quelle meinte nämlich dass er den kennt irgendwie und dass der wirklich so drauf ist Okay Und anscheinend wohnt er auch dort wo ich studiere Vielleicht treff ich ihn mal Bitte ich ihn um ein Autogramm Okay ja mach das ich will auch eins Ich will auch eins Ich und meine Frau haben einen Autogramm von dir Dave ist ein Autogramm von dir Dave Ich will Dave Autograph WANT Scheiße Den Zudur Nun Ich will Zudur 써 Ja, fu, wie wir halt einfach irgendwie überhaupt nichts mehr abgeschafft haben zu tailen. Außer wollte ich den Cap, ihr Affen. Nice, du hattest das. Nice, son. Ach, Mensch, ey. Ich drücke, Moment, Moment, ich muss schnell ein Schlück, ein Schlückchen Tafelwasser. Tafel, Tafel. Ist das wirklich Wasser oder das andere Wasser? Das ist das Tafelwasser. Tafelwasser, das? Ja, Moment, ich muss jetzt gerade Kalkgetränke entfernen, weil ich kann nichts mehr auswählen. Der Arme, der. Hey, warte, aber du hast nicht unseren epischen Dual-Core-Spruch gelöscht, oder? Was? Du hast aber nicht unseren epischen Dual-Spruch gelöscht. Weißt du das, meinst du? Nein, natürlich nicht. Vielleicht, gerade weil du so ein Allein-Gön-Spruch rausgehauen hast. Das war ein Spontaner-Aktis. Hm, achso, du hast den gerade abgetippt. Ja, ja. Tim, ich genieße hier gerade das wunderschöne Dicht. Das werde ich hier als Thumbnail verwenden. Was wirst du als Thumbnail verwenden? Wie ich hier in der Wüste vor bei wunderschönem Mondlicht friere. Friere bei Mondlicht in Full-Age-Deal! Huch, ihr habt den ja rausgetrappt. Wie sagt mir keiner Bescheid, ihr Affen? Äh, wir haben ihn rausgetrappt. Der Damage steht, man muss doch verpaschen. Natürlich. Damage steht er das. Damage steht er das. Ah, nice, K.O. Ja, Hammer, Hammer, so. Oh Mann, voll Hammer, du hast den K.O. Das ist der Hammer. Hammer, das. Hammer, das. Was ist aber das? Ach, Mensch. Oh, was ist dieses sinnlose, helllose Scheiß gelaber, Alter? Nein, das vergräbt ist. Nein! Call the police. Natürlich. Du meinst, die... Kurz-Police ist zu mainstream. Kurz, we don't want to talk to police. Oh Mann, weiß nicht, ich spiele hier einfach, ich check ja gar nicht, was ich hier nebenbei mache, irgendwie. Ja, aber es geht mir teilweise auch irgendwie mittlerweile so, dass man einfach quatscht und irgendwie random nebenbei... Ja, eben, achte... Das Spiel ist nicht so beibe. Ja, eben, achte sogar nicht darauf. Ah, ehrlich. Jesus, wer haut mich da immer weg? Das ist dieser Shoot-Star. It's and me. It's isn't me. It's Shooter King. It's Shooter King. Hat der jetzt eigentlich mittlerweile Folge 1000 hochgeladen? Nein, nein, der lädt doch momentan, weil er doch nicht wusste genau, wann 1000 ist, schätze ich mal. Weil der nimmt doch immer so stundenweise Feuer auf. Zehn Stunden. Ja, immer doch so irgendwie. Und deswegen hat er jetzt irgendwie 900 und 1 und 2 und so. Und weil er Folge 1000... Ja, das ist einfach nur in die Länge zieht. Ja, aber ich finde das eigentlich voll gut, weil er ist besser so, als wenn 1000 Folgen einfach so eine Random-Folge wäre, oder er beziehungsweise einfach das, was er gerade macht, total beenden würde. Aber ich warte ja auch schon auf Folge 1000. Kannst du healen? Äh, ja, ich kann healen. Ach, gut, beide Hörner. Weil von denen brauche ich nämlich auch das Horn, trotzdem für meine Lands. Fällt wahrscheinlich das Hardhorn, oder? Ja, ja, das ist ein super Rare-Item. Ich habe zwar irgendwie zwei davon rumfliegen. Glück. Nice. Nice to this. Jetzt kommt ein Faust heraushorn. Achso, okay, warte. Okay. Weißt du das so? Nicht so das. Boah, ich habe, ganz ehrlich, ich habe gestern mit so irgendwelchen Hongs irgendwie Goldbar Zerdeus gemacht. Und die waren einfach so dermaßen widerwärtig irgendwie. So schlecht meinst du, dann einfach. Ja, so übel mal nicht. Ich habe mir da mittlerweile ein Heavy-Boken-Set für den gemacht, womit man den irgendwie in fünf Minuten machen kann. Solo? Nein, nicht Solo. Solo-Dest? Also halt schon mit drei anderen Spielern. Okay. Aber Solo in so sieben bis acht Minuten, wenn es gut läuft. Okay. Voll übertrieben, auch gegen die Remirales, voll OP, einfach das Set. Echt? Welcher Gunner ist das? Oder Gunn, willst du es grad liegen? Nein, nein, Heavy-Boken. Ja, meine ich, meine ich, mit welcher Gunner? Also mit der von Rihanna Kuga. Ah, okay. Weil die hat voll viel Pierce gedöhnt. Also dieser Schuss, der so einmal durchgeht wie Butter. Ja, aber ich muss mich dazu schnell anmerken, ich kenne mich mit Gunnlands ganz schlecht aus. Eigentlich die Waffe, wo ich mich am wenigsten überhaupt auskenne. Es geht auch nach wie vor. Äh, Gunn, ich sag immer Gunnlands. Ich wünsche sowieso, weil Gunnlands hier so Mainstream geworden ist in dem Spiel. Wie jeder Idiot spielt mit Gunnlands. Ja, weil sie alle brav im H.V.U.S. gucken. Im H.V.U.S. Ich kann da heißen, im H.F.U.S. sehen. Im H.F.U.S. Im H.F.U.S. Im H.F.U.S. Im H.F.U.S. Gut wie Cap it. Hm, neun Diabilds. Im Testing it. Ja, guess who's Cap it. Guess who's Cap it. Ich lobe mich mal ganz dreckig, kackendreist selber. Selbstlob stinkt, Axirio. Warte, ich will ein cooles Thumbnail mitnicken hier vorne. Ach so. Selbstlob des. Hör auf, du hellendes Arschloch. Ihr wielenwertige Säcke. Zum Teufel mit euch. Hör auf, hier rumzuhammeln. Korilius, ich werde dich töten. Du als F.U.S. hat Skins. Nein. Nein. Nein, Dave darf nicht den Thumbnail bekommen. Ich liebe du als F.U.S. Auch wenn ich schlechter bin. Ach ja, ich will es erfüllen. Schau mal, dass wir eine Melonen bekommen, Freunde. Also ich erwarte ja drei Haartöner. Mhm. Ich auch. Haartöner des. Haartöner des. Ah, nein. Leider gar nicht. Ah, ich habe eins von diesen Brustfällen. Oder zwei von den Brustfällen bekommen, die ich brauche. Robustes Horn. Okay. Rückenkern. Das ist hier schon. Und eine schwere Brustkugel. Mhm. Knusprig im Abgang. Mhm. Ja. Schwer zu verdauen. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, fortschritt speichern. Und wir sehen uns dann bei mir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.